Das ist Linus. Wir sind erst seit einer Woche zusammen. Aber ich bin schon seit sieben Monaten unsterblich in ihn verliebt. Ob seine Gefühle genauso stark sind wie meine? Ich fülle ihn mal auf den Zahn. Linus, jetzt mal im Ernst. Weißt du, was Liebe ist? Aha. Er hält die Frage für rhetorisch. Er glaubt, die Antwort sei einfach. Klar weiß ich das. Komm, Sweetie. Komm, Baby. Yeah, that's my boy. Good boy, Romeo. Good boy. Also, ich glaub, ich muss dir da mal was über die Männerwelt erklären. Es gibt drei Sorten von Männern. Die, die es dir gar nicht machen, die Wühler und die Pieker. Die es dir gar nicht machen, erwarten von dir, dass du frisch rasiert ankommst und haben selbst voll den Busch am Sack. Das sind auch genau diejenigen, die jeden Abend einen geblasen kriegen wollen, damit sie friedlich einschlafen können. Gut, einen Vorteil hat's ja. Sind relativ ungefährlich für die Frauenwelt. Dann gibt's den Wühler. Der Wühler benimmt sich da unten wie eine Hausfrau am Wühltisch beim Sommerschussverkauf auf der Suche nach dem billigsten Schnäppchen. Der beobachtet dich die ganze Zeit. Sagen wird niemand ihn glauben, wenn nicht glaubt ihn ihre Frau nicht. Und sie werden ihn todsicher die nächsten drei Jahre zur absoluten Hölle machen, denn so lange dauert es nämlich, bis es zur Verhandlung kommt. Und der ganze Spaß kostet sie 100.000 Dollar. Respekt, die wenigsten kriegen mich mit. Ich hatte genug Gelegenheit. Man könnte fast sagen, ich bin ein Fan von dir. Und? Gibt's einen Fanclub von mir? Meine Teenie-Kreiszeit ist lange vorbei. Wir sind erwachsen. Lassen wir den Plural. Lass uns spielen. Viva Las Vegas de nada. Farsch mich nicht. Lass uns spielen. 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 Bis zum nächsten Mal.